hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge von minecraft beta und hier heute ist nonnerstag weil ja eigentlich hätte es ja nicht gestern kommen müssen gestern mittwoch war aber weil gestern ja mein kanal drei jahre alt wurde also das wollte ich gerne ansprechen ein video mit dem happy birthday von meinem kanal das wollte ich nicht so gerne mit dem machen sondern das place und weiß erst mal mein richtiger ist richtig ist es manchmal für das play so die war und das wir wollen jetzt play machen scheint mein gott bete ich habe das ein bisschen rumgewesselt einfach das heißt bitte kommen donnerstag und mittwoch mittwoch war eigentlich so cool dass es bei ja donnerstag geht es wieder und mein gott bete wie eigentlich mal donnerstag mittwochs hat aber ich war diese woche geswitcht und eigentlich nichts besonderes noch ein tag vielleicht nicht aus oder so diese woche geht ganz normal weiter als euch heute voll zu ja ich denke schon ja was die zu so anzusprechen aber ich habe ein neues mikrofon haben wir gerade neben mir also nehme ich auf den schrank und ja aber ihr das natürlich noch nicht und das hat man sich mir die das für mich noch nicht angeschlossen also ich habe es also ich werde immer immer noch mein alter sohn das jetzt schon seit jahr werden ich glaube jetzt in die juni also eigentlich diese woche jetzt von zwei jahre habe wir haben wir haben 2015 in gealter vom pk also voll vorhanden gekauft ich habe es auch der 6 juli das heißt 15 juni ist es gewesen sein so also schon zwei jahre also montag hin also mutter zwei jahre und ja schon krass aber heute ist wo das letzte mal damit aufnehme weil ja ich wollte eigentlich ganz gerne noch mal einmal noch mal dieses mikrofon benutzen oder morgen mit start mit dem neuen mikrofon na mal so als ehre jetzt die ehre und ja passieren auch mir ist nicht ganz gestorben das mikrofon sonst etwas in ordner ich denke ich kann also ich war eigentlich um wechseln sondern mikrofon ich kann man das nehmen oder das andere mein mikrofon ist jetzt ein tischmikrofon und man hätte es auf den tisch stellen kann und ja das ist mir jetzt gut ich habe es auch schon ausgetestet hier vielleicht etwas anders sein dann morgen jetzt zum ersten mal dann hört wir tun anders sein also durchgefasst das wird nämlich schon extrem anders werden das mikrofon das ist nicht das ich kann eigentlich das sapping auskommen doch doch alle glück gab es wird ja nicht den winter draußen ist nicht nicht als er zu heiß bei uns gerade muss man es mal aushalten wenn man hin die aktualisiert halt das wetter so eine 2 30 grad es ist ja schon sehr extrem naja warum ist euch hier kühler ich glaube morgen soll es von 23 grad oder so werden und regen bei uns das wird schon eine schöne abkühlung wieder wehren ey das ist ja auch so warm ey bei uns das ist auch irgendwie 25 grad oder 26 ist auch irgendwie scheiße wir haben die ganze Zeit gespitzig und noch draußen Sport gemacht das war natürlich auch eine Qual das war ganz gut für mich weil ich muss eigentlich halt so ein Tor stehen und deswegen muss ich nicht ganze Zeit laufen auf dem Flügel wie andere Leute ach so ein Vorteil der Skippers da muss ich nicht so viel bewegen naja war trotzdem ein warmes Rätsel in der Sonne steht so ne das ist nicht so schön naja das war schön das Zeugwerk hat ne ich hab nur gleich etwas Angst um den PC ich mein mein Mann er könnte abstürzen hoffen wir es nicht ich habe trotzdem jetzt etwas kürzere Folge ich habe auch sehr viele Videos auf jahne und ich habe auch nicht so viele wie die sie auf einmal machen das ja machen wie soll ich meine ja vielleicht ist ja noch ein bisschen was ich zum Geburtstag bekommen habe ich hatte ich hatte zum Geburtstag gehabt das Mikrofon habe ich bekommen ähm dann äh ein paar TVDs und äh ja Geld äh ein bisschen süßig halten so ähm ähm guck mal so ähm TVDs ja noch und äh ein neues Spiel und zwar GTA von Andreas und vielleicht auch von unseren Netflix Play oder so von äh andere Kanäle nach einen Gaming Kanal muss ich mal schauen war auch mal lustig ne geht es ja auch noch nie soll ich das dann bekommen ist auch ganz cool naja eine ganz coole Geschenke so und äh gut dann aber wie ich sage ich gehe ganz kurz schon mal schlafen und beendet die Folge und drücke auf Fein und dann lasst eine kurze Überbildung da ab und nicht vergessen und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal